EFILUX ist ein Förderprogramm für energieeffiziente Lichtlösungen im Zweckbau. In dem Sinne auch erstmalig für die Schweiz, weil da wirklich rein die Beleuchtung in den professionellen Anwendungen unterstützt wird mit Fördermitteln vom Staat. Was bringt mir das, wenn ich da einsteige? Sie haben den Vorteil, dass Sie ein Experten-Team zur Verfügung haben, das das Projekt begleitet. Es ist relativ viel Fachwissen nötig, um eine gute Lichtlösung zu realisieren. Da werden sie kostenlos unterstützt und zudem hat der Bauherr die Sicherheit, dass die Anlage wirklich auch Energie einspart, weil das Qualitätssicherungssystem schaut, dass am Schluss mindestens 40% Energie eingespart werden gegenüber der gängigen SIA-Norme. Das Programm läuft noch bis Ende 2013. Kann ich jetzt noch einsteigen? Sie können jetzt noch einsteigen, auch wenn das Projekt schon läuft. Es ist einfach eine Bedingung damit verbunden, dass das Projekt dann Ende Dezember abgeschlossen ist und schlussendlich auch dem Bauherr wieder übergeben werden kann.